Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute im Jahr 2019 aus der wunderschönen Hansestadt Rostock. Sie haben hier die Kulisse an der Warnow am Breitling hier unten vor sich. Und an meiner Seite steht Johann Georg Jäger. Herr Jäger ist Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grüne, aber seit Oktober 2018 auch Vorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien. Herr Jäger, das hört man ja schon im Namen, Erneuerbare Energien, worum es eigentlich geht. Aber ganz kurz nochmal, was sind die Aufgaben dieses Verbandes? Dieser Verband, der Landesverband Erneuerbare Energien, versucht die Interessen der einzelnen Verbände zu bündeln und gibt auch Firmen und Einzelpersonen die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Also das heißt zum Beispiel, es gibt den Bundesverband Windenergie, es gibt den Solarverband, den Verband der Biogasanlagenbetreiber, Elektrohandwerk. All die dieser Verbände sind Mitglied im Landesverband Erneuerbare Energien. Ja, nun ist ja die Energiewende nach wie vor großes Thema, deutschlandweit, weltweit. Klimakatastrophe und all das steht ja im Raum. Wir haben Katowice gehabt, irgendwo, wo es natürlich Beschlüsse gab, aber nicht richtig zufriedenstellend. Wo ordnet sich der Landesverband da ein? Was machen Sie da? Was sind Ihre Aufgaben? Also das zentrale Thema wird sein, die Energiewende zu organisieren. Und das heißt natürlich zum einen, den Energieverbrauch nach unten zu kriegen durch Effizienzsteigerung oder durch bessere Wärmedämmung. Aber das andere, und das wird spielentscheidend sein, schaffen wir es mit erneuerbaren Energien, unseren Energiebedarf zu decken. Und zwar im Strombereich, im Wärmebereich und im Verkehr. Wir sind im Strombereich schon relativ gut, da haben wir auch gute Konzepte, um das am Ende zu schaffen. Und im Wärmebereich hängt es im Moment am stärksten sozusagen. Das ist unsere große Achillesferse, wie kriegen wir die Energiemengen für den Wärmebereich hin. Im Verkehr gibt es ja auch verschiedene Ideen, Elektromobilität, Wasserstoffmobilität oder auch Power to Gas. Also das heißt mit Erdgasfahrzeugen zukünftig regenerativ zu fahren. Das sind dieses Jahr alles sehr komplexe Themen. Hinter jedem Thema verbergen sich ja wirklich ganze Horizonte, wenn man so will, an Inhalten auch. Wenn wir jetzt mal sozusagen ins Thema einsteigen. Energiewende in Deutschland. Wie weit sind wir? Und Sie haben es ja schon angesprochen, beim Strom sind wir ziemlich weit. Aber sind wir denn da auf der sicheren Seite auch? Da hört man ja immer, erneuerbare Energien sind so ein bisschen natürlich schwankend, was die Versorgung anbelangt. Versorgungssicherheit ist da ja das Thema. Versorgungssicherheit ist ein ganz zentrales Thema. Ohne Versorgungssicherheit bringt uns die Energiewende, würde uns die gar nichts bringen. Also müssen wir das leisten. Das Spannende ist, es geht darum, erneuerbare Energien ins Netz einzuspeisen. Gleichzeitig die Versorgungssicherheit hinzukriegen. Und da müssen wir halt uns, müssen wir Ideen entwickeln. Die WMAC macht das zum Beispiel. Die haben einen Batteriespeicher gebaut. Und die meisten glauben jetzt, man könne den Strom aus dem Sommer für den Winter speichern oder aus einer windreichen Zeit in die Windschwächere Zeit. Das funktioniert kaum. Das wäre unbezahlbar. Sondern dieser Batteriespeicher hat die Möglichkeit, das Netz stabil zu halten. Und das ist so eine zentrale Funktion, die viele Großkraftwerke eben nebenbei erfüllen. Oft gibt es Zeiten, wo wir deren Strom gar nicht brauchen. Aber wir brauchen die Fähigkeit, die Netze stabil zu halten. Und da brauchen wir neue Ideen, wie so ein Batteriespeicher das Ganze besser zu organisieren. Wir kennen dieses Projekt auch von der WMAC, haben auch schon darüber berichtet. Aber das ist ja bloß eine punktuelle Lösung. Also wenn man solche Batteriespeicher wirklich flächendeckend einsetzen würde, dann wäre es vielleicht eine Lösung. Aber sozusagen an ein oder zwei Stellen, dann bringt das ja nicht viel. Also wir brauchen etwa 800 MW installierte Leistung solcher Batteriespeicher in Deutschland. Und wir haben jetzt, glaube ich, um die 100 MW. Die sind natürlich überall punktuell im Land, aber können dann in Größenordnung konventionelle Kraftwerke ersetzen, eben für diese Fähigkeit, das Netz stabil zu halten. Du stößt die erneuerbaren Energien, stoßen ja nicht nur auf Gegenliebe, sondern auch auf Kritik. Es gibt sozusagen viel konservative Politik, die da sagt letztendlich, warum macht Deutschland da eine Einzellösung, gerade beim Thema Atomkraft zum Beispiel. Warum steigen wir da aus, während rund um uns herum die Länder ja weiterhin auf Atomkraft auch setzen. Was sagen Sie zu diesen Kritikern auch? Also die Wahrnehmung ist meiner Meinung nach nicht richtig. Die meisten Länder steigen eher vorsichtig aus aus der Atomkraft. Wir haben so ein paar Länder, die zwar was Neues planen, aber die Planung eher immer weiter nach hinten verschieben, wie zum Beispiel Polen. Aktuell wird ein großes Kraftwerk in Europa, vor allen Dingen in Finnland gebaut. Und Großbritannien überlegt auch ein neues Atomkraftwerk zu bauen. Und das ist sehr spannend, weil man sich Hinkle Point C einfach angucken kann, was die haben wollen. Und die wollen über 10 Cent pro Kilowattstunde plus Inflationsausgleich, das ganze 30 Jahre. Also Kosten, die würde bei regenerativen Energien, jedenfalls bei Sonne und Wind, niemand mehr aufrufen. Atomkraft nochmal, das ist ja eigentlich auch eine saubere Energie, wenn man so will. Was ist die Krux bei der Atomkraft? Warum steigen wir da aus? Wir sind ja Vorreiter gewesen, auch was Technologien anbelangt. Ja, also die Atomkraft ist erstens schwer regelbar und von daher ein schwieriger Partner für regenerative Energien. Aber das zentrale Thema der Atomkraft ist die Radioaktivität und das Thema der Endlagerung. Dafür haben wir bisher weltweit keine echten Konzepte. Das heißt, wir machen Party für ein paar Jahre, nehmen den Strom und danach hinterlassen wir nachfolgende Generationen, den Atommüll und keiner weiß genau, was damit passieren soll. Kommen wir mal auf Mecklenburg-Vorpommern zu sprechen. Da ist ja der Ausbau der erneuerbaren Energien, soweit wie wir das waren, eben auch ein Stück weit in Stocken gekommen. Das heißt, beim Thema Windkraft, Offshore, gibt es nicht mehr so viele neue Anlagen, wie man eigentlich bräuchte vielleicht. Dann gibt es natürlich auch viele Bürger, die natürlich dagegen sind, das direkt vor ihrer Haustür zu haben. Wie ist da der Stand jetzt? Nehmen wir mal die Onshore-Windanlagen. Also Onshore können uns die Ausbauzahlen absolut nicht zufriedenstellen. Das reicht nicht um die Ziele, die sich das Land selbst gesetzt hat. Also der Landtag hat sich ja ein Landesenergiekonzept beschlossen und diese Ziele können wir so nicht erreichen. Es muss also mehr passieren. Wir haben ja Planungsregionen in Mecklenburg-Vorpommern, die legen fest, wo die Ereignungsräume hinkommen. Und wir gehen immer von Auslegung zu Auslegung. Also wir reden jetzt überall über die dritte Auslegung, wahrscheinlich die vierte Auslegung. Und es kann sein, dass wir 2024 damit fertig werden. Das ist sehr, sehr langsam. Und wir machen uns tatsächlich auch große Gedanken um die Frage, wie können wir die Bürgerinnen und Bürger mit daran beteiligen. Ich glaube, dass es am besten ist, das über die Gemeinden zu machen, weil ich darüber den sozialen Ausgleich organisieren kann. Das heißt erstens zu fragen, wie kriegen die ordentlich Gewerbesteuer? Wie können sie möglichst viel von ihrer Gewerbesteuer behalten? Und gleichzeitig auch zu fragen, wie kann man noch zusätzlich prozentual am Einkommen dieser Unternehmen die Gemeinden mit daran beteiligen? Also zusätzlich zur Gewerbesteuer. Da brauchen wir aber dringend eine bundeseinheitliche Lösung. Im Moment haben wir eine Landeslösung, die sehr, sehr kompliziert ist und großen bürokratischen Aufwand bedeutet. Sie waren ja noch im Landtag, als Christian Pegel das sein Bürgerbeteiligungsgesetz vorgestellt hat und beschlossen hat. Sie haben wahrscheinlich mit Ihren Stimmen natürlich auch dazu beigetragen von den Seiten der Grünen. Das Gesetz ist aber, wenn man so will, ein Rohrkrepierer, so kann man das nennen, weil es viel zu kompliziert ist, viel zu komplex ist. Sie haben eine Alternative aufgezeigt. Wie kann die gesetzlich funktionieren? Es wäre überhaupt kein Problem. Das Gesetz würde einfach viel, viel schlanker werden. Wir würden die Standortgemeinden beteiligen und wir würden vor allen Dingen, also Standortgemeinden heißt die, die direkt am Windpark liegen. Und im Moment sieht das Gesetz vor einen gigantischen Kreis drumherum. Das hört sich erstmal wenig an, fünf Kilometer, aber das sind ja nur Gemeinden, die da einen winzigen Anteil drin haben. Das heißt also, die Gemeinden, die dann Geld bekommen, sind 15 Kilometer entfernt, während die Standortgemeinde entsprechend weniger bekommt. Und wir sagen, die, die direkt daneben wohnen, müssen richtig was davon haben. Trotzdem möchte der Bürger nicht mehr, dass seine Landschaft weiter verspargelt wird oder wie auch immer. Wie kriegt man den Bürger auf seine Seite? Denn der Bürger, solange es, wie gesagt, nicht im eigenen Vorgarten ist, ist es okay. Aber sobald es irgendwo sichtbar ist, da gibt es ja auch Themen wie zum Beispiel Lichtkonzepte und so weiter dafür zu machen, damit die nachts nicht so blinken und die Leute irritieren. Also da ist Mecklenburg-Vorpommern eigentlich richtig Vorreiter. Wir haben in die Landesbauordnung übernommen, dass bei uns Anlagen, die neu errichtet werden, nachts nicht mehr blinken dürfen, außer es kommt ein Flugzeug oder ein Hubschrauber, um die geht es in der Regel. Das wird jetzt bundesweit sozusagen aufgegriffen und ich gehe davon aus, dass in drei, vier Jahren die meisten Anlagen nicht mehr blinken werden. Die werden dann abgeschaltet und blinken dann natürlich, wenn ein Rettungshubschrauber sich in der Luft befindet, in der unmittelbaren Umgebung. Was müsste da jetzt passieren? Müssen die Planungsverbände im Land da aktiver werden und natürlich auch weiter voranscheiden, um natürlich mehr Onshore-Anlagen zu bauen? Oder hat sich das Thema jetzt erstmal, so wie zum jetzigen Stand natürlich, sagen wir, wir haben was erreicht und darauf müssen wir uns jetzt ein Stück weit natürlich auch ausruhen? Ja, es gilt allgemein in unserer Gesellschaft, wir haben so ein bisschen St. Floja ins Prinzip. Niemand will die Autobahn vor der Haustür haben, niemand will einen Kinderspielplatz direkt neben seinem Haus haben, auch wenn alle für Kinderspielplätze sind. Und das Thema ist eben auch bei regenerativen Energien. Also alle sind erstmal grundsätzlich dafür. Die Umfragen sind immer noch hervorragend, was wir da prozentual erreichen. Aber wenn es konkret wird, sagen die Leute, ja, muss es hier sein, kann man das nicht woanders hinbauen? Die Regionalplanung braucht im Moment, glaube ich, eine klare Struktur, die aus Schwerin kommt. Also eine Richtlinie, die Ihnen vorgegeben wird, was sind die Maßstäbe, nachdem die bewerten sollen, wo Windkraftanlagen hinkommen oder nicht. Das fehlt im Moment. Kann ich Ihnen das so vorgeben oder haben wir nicht in Deutschland sozusagen das Prinzip, dass gerade vor Ort mehr entschieden wird als auf der höheren Ebene? Das kann man so vorgeben und das ist tatsächlich auch sinnvoll, weil es gibt eine Privilegierung von Windkraftanlagen. Das heißt, erstmal kann man, wenn es genehmigungstechnisch geht, überall welche hinbauen mit bestimmten Lärmschutzabständen und so weiter. Aber die Raumordnung sagt genau, das reicht uns nicht. Wir wollen landesweit gucken, wo ist es sinnvoll und wo lassen wir Räume auch frei. Und das sind diese Steuerungsmöglichkeiten, die im Moment in den Regionalplanungsverbänden laufen, wo ich glaube, es wäre besser, wenn Schwerin klare Anweisungen gibt. Thema Biogas. Das war ja vom Minister Backhaus zum Beispiel auch ein Thema, was er gerade den Bauern angetragen hat. Er möchte keine großen Anlagen, wo mögliche Lebensmittel oder Tierfutter und so weiter verarbeitet wird, sondern kleinere Anlagen, wo die Bauern dezentral auch Gülle und so weiter verarbeiten können. Da ist aber auch Stillstand im Moment. Die Biogasanlagen haben es momentan deswegen auch sehr schwer, weil tatsächlich Preise, die man für landwirtschaftliche Produkte am Markt erzielen kann, so hoch sind, und dass es sich eigentlich gar nicht kaum lohnt, in Biogasanlagen das Ganze zu stecken. Wir betreiben zum Großteil die Biogasanlagen auch falsch, denn die laufen Strich durch, sagen wir. Also die fahren sozusagen hoch auf Vollast und dann laufen die das ganze Jahr durch, bis auf Reparaturzeiten. Das heißt, die laufen auch dann, wenn wir Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen herunterregeln, weil wir zu viel Windstrom im Netz haben. Und das ist nicht sinnvoll. Die müssen flexibel werden. Da gibt es auch Programme, das Ganze umzustellen. Also das heißt, nicht mehr Biogasanlagen, aber die, die wir betreiben, effektiver und sinnvoller betreiben. Solaranlagen, Stichwort, da ist ja in den letzten Jahren auch ein Technologiesprung erfolgt. Also die Solaranlagen sind effektiver geworden auf der einen Seite und preiswerter auf der anderen Seite. Gibt es da einen weiteren Ausbau oder kann der Bürger sich stärker daran beteiligen, indem er auch eine Solaranlage auf sein eigenes Dach installiert? Ja, jeder kann das natürlich machen. Aber die Voraussetzung ist, dass man ein eigenes Dach hat. Und deswegen finde ich das Projekt der Mieterstrommodelle so interessant, sodass endlich auch Menschen, die nur, in Anführungsstrichen, Mieter sind, von Solarstrom mit profitieren können. Da hat die Bundesregierung jetzt Möglichkeiten eingeräumt, für die Wohnungsbauunternehmen das zu organisieren. Aber auch wieder mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand, sodass viele Wohnungsbauunternehmen genau dafür zurückschrecken. Letztes Thema, Sie hatten es selber schon angesprochen, Stichwort Wärmedämmung. Da passiert ja im Lande durchaus was, aber vielleicht mit den ökologisch falschen Materialien. Da heißt das, ich haue mir Chemie an die Wand dran. Was muss da passieren letztendlich, damit ich auch ökologisch dämme wirklich? Also das zentrale Thema ist, wir sparen fossile Brennstoffe ein. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sogar okay, wenn man für die Wärmedämmung auch fossile Rohstoffe sozusagen verwendet. Also das heißt in dem Fall Chemie. Es gibt vielleicht auch bessere Sachen. Daran muss man gucken, was da sozusagen das ökologisch Sinnvollste ist. Aber es geht tatsächlich auch ein bisschen um die Preisfrage. Und wir können erreichen, dass wir dramatisch unseren Wärmeverbrauch senken, mindestens um 50 Prozent. Das setzt aber auch wirklich gute Wärmedämmungskonzepte voraus. Und wer so ein bisschen aufmerksam durch die Stadt fährt, sieht oft so, wir nennen das so Leopardenfassaden. Das heißt, Sie haben so weiße Punkte drauf oder Sie haben plötzlich so Algen, die auf der Wand wachsen. Das finden viele nicht schön. Und da müssen wir bessere Konzepte entwickeln. Ja, Herr Jäger, haben Sie vielleicht zum Abschluss nochmal einen Tipp, wie der Bürger, wenn er Interesse an dem Thema hat, erneuerbare Energien, wo er sich natürlich informieren kann? Ja, also man kann sich auf jeden Fall im Internet gut informieren über Photovoltaikanlagen. Das kann man am einfachsten bei sich auf dem Haus machen. Man kann sich darüber Gedanken machen, mehr Fahrrad zu fahren oder wenn man sich ein neues Auto kauft oder ein gebrauchtes kauft, dass man sagt, ich achte stärker auf den Verbrauch des Autos. Das hilft uns sehr. Bahnfahren ist eine tolle Alternative. Flugverkehr möglichst selten. Also ich meine, die meisten wissen im Grunde genommen, worum es geht. Es ist dann immer eher eine Frage der Bequemlichkeit, ob man diese Sachen macht oder ob man sagt, nee, ach, ich fahre doch lieber mit dem Auto heute. Und in so einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern habe ich ja vielleicht eh Probleme, was den Nahverkehr anbelangt, wenn er ein Stück weit zurückgebaut wird oder wie ist Ihr Eindruck? Also der Nahverkehr läuft in der Fläche im Moment fast nur für den Schülow-Verkehr. Das ist viel zu wenig. Wir haben aber wirklich mit den Menschen pro Quadratmeter so wenig Menschen im Land, dass es schwierig ist, eine gewisse Anzahl von Menschen gleichzeitig von A nach B zu transportieren, also die das gleiche Bedürfnis haben. Das ist im Ruhrgebiet viel, viel einfacher. Ja, deswegen glaube ich zum Beispiel, dass Elektromobilität gerade im ländlichen Raum zukünftig eine viel, viel große Rolle spielen wird. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Jäger. Natürlich viel Erfolg bei Ihrer Arbeit weiterhin. Liebe Zuschauerinnen und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal.